Hier schlafen wir jetzt die nächsten Tage. Ist das nicht traumhaft? Schön eine Farm nebenan. Und sogar Pferde. Hühner haben sie auch, soweit ich das weiß. Mitten im Nirgendwo. Einfach mal. Es gibt sogar interessante Tiere. Und wir haben auch schon Kakerlaken, Schrägstrich Roach gesehen, die sich in Frankys Kulturelle im Naturbeutel verstecken wollten. Sehr witzig. Es ist ein kleines, schönes, super Haus. Super nett hier. Ich bin echt überrascht. Und sie kennen Tool. Was mich persönlich sehr freut. Okay, bis später.